Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich aus so einer Sahne Butter ganz einfach herstellen und zu Hause selber machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir unsere gewünschte Menge an Schlagsahne aus dem Kühlschrank mit mindestens 30% Fettgehalt. Bei mir sind es jetzt genau 400ml, was so in etwa für 140g Butter ausreichen sollte. Diese gebe ich jetzt entweder in die Schüssel für mein Handrührer oder gleich in den entsprechenden Behälter für den Mixer. Ich habe zum Beispiel hier einen Thermomix mit dem entsprechenden Rühraufsatz. Wenn ich meinen Mixer jetzt auf eine mittlere Stufe bzw. meinen Thermomix so für 10 Minuten auf Stufe 4 einmal schalte, dann wird zuerst die Schlagsahne hier steif geschlagen und am Ende entsteht eine Kombination aus fester Butter und flüssiger Buttermilch. Ich schalte ihn also mal für 10 Minuten auf Stufe 4 an und anschließend schauen wir uns einmal das Zwischenergebnis an. Fünf Minuten sind rum und die Sahne ist sogar schon etwas mehr als steif geschlagen. Und auch jetzt lasse ich das Ganze noch einmal für 5 Minuten laufen. Nach 10 Minuten können wir super erkennen, dass wir hier jetzt einen festen Teil Butter haben und der flüssige Teil hier ist unsere schöne Buttermilch. Jetzt gebe ich aber erst einmal ein Sieb in eine Schüssel und nun kann ich nämlich alles aus meinem Thermomixbehälter hier schön hineinschütten und trenne somit auch schon meine feste Butter von der Buttermilch. Die Buttermilch hier drunter schütte ich jetzt natürlich nicht weg, sondern werde sie im Anschluss erst einmal genießen und die Butter hier oben muss ich jetzt noch etwas haltbarer machen. Hierfür brauche ich eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser und da gebe ich jetzt einfach einmal meine entstandene Butter vorsichtig hinein. Jetzt geht es nämlich darum, dass ich meine Butter erst einmal schön ordentlich durchknete und somit auch auswasche. Das hat jetzt nämlich den Sinn, dass dadurch unsere Butter für circa eine Woche im Kühlschrank haltbar sein wird und ohne diesen Vorgang werden es einfach nur ein paar Tage. Wenn die Butter also fertig ausgewaschen ist, dann gebe ich diese einfach mal in ein sauberes Küchentuch hinein und dieses kann ich jetzt nämlich noch so schön überschlagen und somit auch die restliche Flüssigkeit aus meiner Butter noch ordentlich herausdrücken. Zum Schluss unsere Butter noch in eine Butterdose geben, hier kann man sie dann auch noch etwas in die entsprechende Form kneten und somit haben wir unsere Butter aus Sahn jetzt auch schon selber hergestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein entsprechendes Sieb, eine Butterdose oder auch einen Mixer für die Küche zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenerstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir als 1 Friesen und Tersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.